Hallo und herzlich willkommen zu den iFreak News, Ausgabe 79, Kalenderwoche 25. Und ja, ich war zwei Wochen quasi offline. Die eine Woche war ich ja in Cupertino bei Apple zur WWDC vor knapp zwei Wochen jetzt. Und ja, letzte Woche hatte ich so viel zu tun, auch noch ein bisschen Jetlag. Das hat immer so ein paar Nachwirkungen noch. Darum habe ich die iFreak News ausfahren lassen. Aber jetzt fassen wir zusammen, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist. Schön seid ihr wieder dabei. Also, wir müssen heute über die EU sprechen und USB-C. Und da soll es vor allem darum gehen, dass dieser Zwang, der ab 2024 herrscht, dass alle Smartphones, auch das iPhone, USB-C haben müssen, Apple vielleicht sogar ganz gelegen kommen könnte. Warum das so ist, das besprechen wir gleich. Dann sprechen wir über WhatsApp. Und die haben nämlich zusammen mit Apple jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, vorgestellt, wie man seine WhatsApp-Datenbank oder überhaupt sein WhatsApp von einem Android-Smartphone zu einem iPhone transferieren kann. Das war vorher ziemlich mühsam. Das geht jetzt super easy. Ja, und dann ganz am Schluss gebe ich euch noch ein paar Impressionen von meiner Reise zu Apple nach Kalifornien. Ihr habt mich darum gebeten. Ganz viele von euch haben geschrieben auf Twitter, hier auf YouTube, aber auch auf anderen Kanälen, ob ich nicht mal noch ein paar Bilder zeigen kann oder so ein paar quasi Impressionen von mir bringen könnte, wie ich das so fand, wie das so war, diese Reise dorthin. Und das mache ich natürlich gerne. Vor Ort hatte ich nämlich definitiv keine Zeit. Ich wollte eigentlich ziemlich viel vloggen dort, aber das kam dann alles anders. Und ich hatte andere Dinge zu tun. Darum holen wir das jetzt noch so ein bisschen nach. So, fangen wir mal an mit der EU. Ihr habt sicher mitbekommen, es sind jetzt rund zehn Tage, seit das rauskam. Die EU schreibt also ab Mitte 2024 vor, dass wir zum Laden bei praktisch allen Geräten USB-C haben müssen. Vor allem voran natürlich bei Smartphones, aber auch bei Tablets, bei Laptops und so weiter. Bei Laptops gibt es eine Übergangsfrist, die noch ein bisschen länger dauert, also bis dann da quasi USB-C auch überall Standard sein muss zum Laden. Es gibt sogar die Idee, dass man das auch bei Wearables haben möchte. Da ist es aber so, da gibt es den Passus nur, wenn genug Platz vorhanden. Ja, und bei so einer Uhr ist natürlich kein Platz für einen USB-C-Anschluss. Also dürfte man die auch weiterhin noch anders laden können. So, jetzt diese News, die war ja erwartet worden. Das EU-Parlament muss noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache, das heißt, ab Mitte 2024 wird das in Kraft treten. Jetzt ist es so, ganz viele haben geschrieben und analysiert und gesagt, boah, für Apple ein Riesenproblem. Apple ja als einziger der ganz Großen noch mit Lightning unterwegs, beziehungsweise eben nicht mit USB-C. Alle anderen hier, Samsung und Co., die haben ja schon lange USB-C. Jetzt ist es da aber so, ich bin der Meinung, dass das vielleicht Apple sogar einigermaßen gelegen kommt. Klar, zuerst mal bedeutet das natürlich massiv sinkende Umsätze, weil bei Lightning ist es ja so, dass Apple immer noch die Hand aufhält. Das heißt, wenn du ein Lightning-Kabel, wenn du ein Lightning-Dock, wenn du irgendein Zubehör mit Lightning noch herstellen willst, musst du Lizenzgebühren an Apple bezahlen. Und das ist sicher ein erklecklicher Betrag, der da bei Apple zusammenläuft. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, USB-C ist ja nichts Neues mehr für Apple. Seit 2016 haben es die MacBooks, die MacBook Pros und das MacBook Air inzwischen alle, also die Notebooks haben es natürlich auch. Und dann kamen ja die iPads, iPad Pro, iPad Air haben das inzwischen auch, iPad Mini auch. Also wir haben eigentlich nur noch das quasi günstigste Einsteiger-iPad, was noch Lightning hat. Und auch da geht man davon aus, dass das relativ schnell wechseln wird. Das heißt, im Umkehrschluss, wir haben im Moment eigentlich nur einerseits die iPhones und dann natürlich das passende Zubehör. Also sprich, wir haben zum Beispiel die Kopfhörer, die AirPods, die haben das noch nicht. Die Tastaturen, die Mäusepfiffe, die Macs haben das noch nicht. Aber sonst, letztendlich ist ja USB-C bei Apple schon lange Standard. Und gleichzeitig ist es ja so, Lightning hat diverse Probleme. Lightning hat zum Beispiel das Problem, dass du weniger schnell laden kannst als USB-C. Das sieht man bei vielen Geräten, nehmen wir die neuen OPPO-Smartphones, die irgendwie mit krassen 80 Watt laden können, drehst dich einmal um, das Ding ist voll. Das iPhone lädt dahingehend noch immer relativ langsam. Und dann natürlich auch die Datenübertragung. Die Datenübertragung bei Lightning ist deutlich langsamer als bei USB-C, wo wir inzwischen mit Thunderbolt 4 verschiedene Standards haben, USB 3, Thunderbolt 4, die extrem schnelle Datenraten ermöglichen. Das heißt, Apple ist da so ein bisschen gefangen eigentlich. Und wenn wir uns überlegen, dass zum Beispiel das iPhone, das Pro hier, das kann ja ProRes RAW aufzeichnen, Video auch, das sind riesige Files, das sind hunderte von Gigabyte, die ihr da verbraucht, wenn ihr mal kurz das Video macht, das dann rüber zu transferieren, entweder per WLAN oder eben per Lightning, das dauert ewig. Also auch da wäre es natürlich, wenn man sich überlegt, dass Apple Geräte anbietet, die dieses super große Format unterstützen, dass du so riesige Videos machen kannst, die du dann auch entsprechend praktisch und gut bearbeiten kannst, dann müsste eigentlich der Lightning weg, weil der Lightning ist einfach ein totaler Hemmschuh, da kannst du nicht schnell Daten drüber übertragen. Und darum glaube ich, dass Apple natürlich, klar, das wird finanzielle Auswirkungen haben, auf der anderen Seite denke ich, sind sie gar nicht so unglücklich. Weil wenn wir mal zurück überlegen, 2012 wurde der Lightning eingeführt, der Lightning-Anschluss, das war beim iPhone 5. Und damals war ein riesen Aufschrei, es ging weg vom 30-Pin-Connector zu diesem kleinen Lightning. Ich weiß, ich selber auch hatte im Auto eine Freisprecheinrichtung mit dem 30-Pin-Connector, dann kam das neue iPhone 5, zack, konnte ich nicht mehr nutzen. Ich hatte irgendwie ein Dock auf meinem Nachttisch neben dem Bett, wo ich das quasi reinlegen konnte, war alles 30-Pin-Connector. Also da musste man einiges umstellen und da hat Apple auch einiges an Ärger auf sich gezogen, halt von Nutzern, die viel Zubehör hatten. Dieses Mal wird dieser Ärger unter Umständen auch da sein, aber Apple kann sich natürlich problemlos rausreden und sagen, sorry, die EU zwingt uns, wir müssen das halt tun. Also von dem her gesehen denke ich, zumindest auf argumentativer Ebene ist es gar nicht so übel für Apple, dass sie sagen können, ja, wir wurden halt gezwungen, einen Schritt zu vollziehen, den sie, wenn wir ehrlich sind, schon lange hätten machen wollen. Also das iPhone braucht schon lange USB-C, es macht überhaupt keinen Sinn, da noch Lightning drin zu haben und jetzt wird das passieren. Wann passiert das bei Apple? Naja, nicht dieses Jahr, also 2022 müssen wir garantiert noch nicht damit rechnen, weil das hätten wir schon lange mit Leaks, hätten wir das rausgefunden. Also dieses Jahr werden noch Lightning iPhones kommen, ich denke, dass 2023 wahrscheinlich dann eben schon die ersten USB-C iPhones kommen, also sprich im Herbst 2023 würde dann auch easy reichen, bis im Sommer 2024, dass die dann eben auf dem Markt sind. Also sprich, der Wechsel wird wahrscheinlich nächstes Jahr, also im Herbst 2023 passieren, aber ganz sicher nicht dieses Jahr. Dieses Jahr werden wir weiterhin Lightning-Geräte sehen. So, dann bleiben wir mal kurz beim iPhone, beziehungsweise bei Android. Und zwar, wenn ihr von Android zum iPhone wechselt, letztendlich gilt das auch umgekehrt, dann ist es ja so viel einfacher als früher. Früher hatten wir ja massive Probleme, du musstest noch irgendwie alle deine Fotos rübernehmen, die Musik etc. Heute sind das ja alles Cloud-Dienste. Die meisten Fotos hast du irgendwo in der Cloud, dann ist es so, oder du kannst dir halt Google Fotos runterladen und machst dann dort den Abgleich, wenn du wechselst zum Beispiel vom iPhone zum Android. Die ganze Musik ist bei Spotify oder Apple Music, die gibt es beide natürlich auch für Android, beziehungsweise umgekehrt auch fürs iPhone. Streaming, Video machen wir sowieso bei Netflix und Co. Also wir haben ganz viele Cloud-Dienste, die natürlich einen Umzug vom Handy, wenn du quasi den Anbieter, beziehungsweise eben das System wechselst, wenn du von Android zu iOS oder auch von iOS zu Android gehst, ist das inzwischen super easy. Einzig WhatsApp. Und WhatsApp, ihr wisst es, ich mag es nicht, aber natürlich nutzen es alle. Es ist der Standard im Messaging-Bereich weltweit, da müssen wir nicht drum herum diskutieren. Und da ist es bisher tatsächlich so, wenn du zum Beispiel vorher ein Android-Smartphone hattest und du wechselst jetzt aufs iPhone, dann wird es richtig mühsam. Ich weiß von vielen Leuten, die dann einfach ihre WhatsApp-Daten quasi aufgeben und sagen, okay, fange ich halt neu an, sind die Chats alle weg. Ich finde das persönlich auch nicht so schlimm. Punkt ist aber natürlich der, bei ganz vielen Leuten ist ja WhatsApp eigentlich auch gleichzeitig so eine Art Archiv. Die wollen alles behalten und auch Videos oder auch Fotos, die sie bekommen, die lassen sie in WhatsApp drin. Ich kenne einige Leute, die haben WhatsApp-Datenbanken, die sind weit über 10, 20 Gigabyte groß. Ja, und das will man natürlich nicht verlieren. Und es war eigentlich unvorstellbar, warum das bisher immer noch nicht funktioniert, wo doch WhatsApp, gehört ja zu Meta, also Facebook, die sind ja auf beiden Plattformen da. Logisch, musst du ja. Du kannst ja kommunizieren zwischen iOS und Android und umgekehrt. Warum die nicht ein Tool anbieten, warum das nicht einfach irgendwie easy funktioniert, liegt wahrscheinlich daran, dass WhatsApp einfach eine mega alte Technologie ist, immer noch, und sie ja seit Jahren an dieser Cloud-Geschichte, an einem WhatsApp-Login, rumbasteln und kriegen es irgendwie nicht hin. Das dürfte wahrscheinlich der Grund sein. Plus, WhatsApp ist ja verschlüsselt, also die Daten auf eurem Smartphone, die sind ja verschlüsselt. Da kommt eigentlich niemand dran, außer die WhatsApp-App selber. Das macht es natürlich auch nicht einfacher. So, aber von jetzt an wird es einfach. Zumindest, wenn ihr von Android zu iOS wechselt. Da haben nämlich, und das ist doch recht erstaunlich, da hat sich Meta, also Facebook, beziehungsweise WhatsApp, hat sich mit Apple zusammengesetzt und eine Lösung erarbeitet. Die Lösung sieht dahingehend aus, dass ihr auf Android, da habt ihr eine App, ich starte die hier mal, ich zeige euch die mal, die heißt auf iOS übertragen. Ich hoffe, ihr könntet das sehen. Da. Und diese App, die gibt es schon lange, die ist von Apple im Google Play Store für Android-Geräte, hat relativ schlechte Bewertungen, logisch, irgendwelche Kiddies, die da negative Bewertungen abgeben. Und diese App hier, ich zeige es euch nochmal, ihr seht das jetzt hier, so. Diese App kann jetzt neu eben auch WhatsApp transferieren. Das heißt, ihr merkt, hey, da ist WhatsApp auf meinem Android-Smartphone drauf. Ihr klickt dann hier auf Fortfahren, dann klickt ihr auf Akzeptieren und Rhabarber und Rhabarber, genau, so. Dann wieder noch euren Standort, warum weiß niemand. So, dann muss man sich da quasi mit einem Einmal-Code dann einloggen. Und dann ist es wirklich so, dann zeigt er dir alles an. Er zeigt dir Fotos, Mails, das war schon vorher so. Aber jetzt neu ist es eben so, dass ihr noch WhatsApp transferieren könnt. Und er nimmt alles mit. Das heißt, er nimmt wirklich eure Chats mit, er nimmt eure Kontakte mit, er nimmt natürlich eure Videos, eure Fotos, einfach das ganze Zeug, wandert quasi rüber zum WhatsApp dann auf dem iPhone. Und was da auch noch wichtig ist, er nimmt nicht irgendwie das Backup und schiebt es dann quasi in die iCloud, dass ihr es dann irgendwie wieder backuppen könnt, weil ihr habt ja auf dem iPhone, ich zeige euch das auch noch kurz, ich hätte die zweite Kamera montieren können, aber da habe ich jetzt echt vergessen. So, machen wir das mal kurz hier. Und zwar, ihr habt ja die Möglichkeit, beim iPhone könnt ihr ein Chat-Backup machen. Ich zeige euch das mal, ich weiß nicht, ob ihr es seht da. Das ist bei mir irgendwie 1,18 GB groß und das passiert ja in der iCloud. Jetzt ist es natürlich aber so, wenn ihr nicht so viel iCloud-Speicherplatz habt, wäre es ja blöd, wenn ihr da mit eurer 10 GB großen Android-WhatsApp-Datenbank kommt und das über iCloud laufen würdet. Ne, das macht es nicht, sondern es ist wirklich quasi, von dem Gerät auf dieses Gerät wird das einfach rübergeschoben. Und wenn ihr hier dann das erste Mal WhatsApp öffnet, merkt ihr, ah, da sind ja schon Daten dran, Hokuspokus, zack, und euer WhatsApp ist wieder da. Weil, ihr wisst das ja auch, im Moment ist es ja nicht möglich, dass ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel das iPhone, ich habe hier ein Galaxy S22 Ultra und da ist es ja jetzt nicht möglich, dass ich, obwohl ich, ich habe hier eine Dual-SIM, also es sind die gleiche Nummer, wenn ihr mich jetzt anruft, dann läutet es bei beiden. Aber ich kann nicht WhatsApp sowohl hier drauf nutzen, wie da. WhatsApp ist nach wie vor immer noch, kann nur auf einem Gerät aktiv sein, auf einem Smartphone. Das soll sich dann mal ändern, aber wie gesagt, das ist das Produkt, beziehungsweise das Projekt, wo sie seit Jahren dran rumknuspern. So auch da, also wenn ihr das dann rübermigriert habt und das erste Mal hier startet, dann wird dann quasi das WhatsApp auf der Seite hier deaktiviert. Aber ja, mega praktisch und interessant, dass die zwei sich zusammengerauft haben, wo doch Facebook keine Gelegenheit auslässt, gegen Apple zu schimpfen, und Apple natürlich auch. Facebook immer vorwirft, das mit den Daten und Datenschutz und so. Also die sind ja, die sind sicher alles andere als grün, die beiden, aber in dem Fall haben sie jetzt zusammengearbeitet. Wer sich fragt, wie ist es denn eigentlich umgekehrt? Also wenn ich jetzt vom iPhone aufs Android, wenn ich mal die andere Seite der Macht ausprobieren will, geht das auch. Da ist es so, WhatsApp selber sagt, ja, kein Problem, wir haben diese Funktionalitäten in Android 12 auch eingebaut. Das Problem bei Android, und das ist generell ja das Problem bei Android, ist, längst nicht alle, sogar nur ein Bruchteil der Geräte, hat Android 12, die momentan aktuellste Version, Android 13 kommt dann wahrscheinlich im Herbst raus, drauf. Das heißt, da ist im Moment tatsächlich das Problem, wenn du so ein modernes Smartphone hast, wie hier dieses Galaxy S22 Ultra von Samsung zum Beispiel, da ist Android 12 drauf, damit funktioniert es. Also da geht es eigentlich gleich, da gibt es auch die Möglichkeit, Daten rüber zu transferieren, inklusive WhatsApp. Je nachdem, was ihr für ein Android Smartphone euch kauft, und was da für eine Version drauf ist, funktioniert es dann eben nicht. Das ist halt der Vorteil bei Apple, die haben nur wenige Geräte, die praktisch alle Geräte, oder alle, die sie verkaufen sowieso, haben immer die neuste Version von iOS drauf. Da geht das Ganze natürlich. Also umgekehrt ist es nicht ganz so easy, hängt einfach vom Gerät ab, das ihr habt. Kann bei gewissen funktionieren, bei anderen noch nicht oder gar nicht. Wohingegen jetzt der Weg rum, der war bisher eben schwierig und mühselig, da gab es ganz komisch Tools von Android, die da helfen sollten, WhatsApp zu zügeln, und das war zum Teil so, meh, irgendwelche gecrackten Android-Versionen und so. Es gibt noch einen Nachteil, den muss ich noch erwähnen. Im Moment, Stand heute, also Kalenderwoche 25, ist es so, dass das nur auf Android geht, wenn ihr da drauf die WhatsApp-Beta habt. Und ja, okay, die hat fast niemand. Die Beta-Gruppe ist sowieso voll. Eine Million Nutzer sind das, glaube ich, die ist natürlich voll. Aber WhatsApp hat versprochen, ich habe noch mit ihnen Kontakt gehabt, dass sie das zeitnah ausrollen wollen, dass in der normalen WhatsApp-Version eben diese Unterstützung von dieses auf iOS-Transferieren von dieser Apple-App quasi integriert wird. Im Moment, Stand jetzt, braucht ihr noch die Beta? Das ist so ein bisschen mühsam, gebe ich zu. Aber hoffen wir mal, dass im Verlaufe des Sommers, denke ich mal, ich habe hier auf dem iPhone die Beta, und wenn ich jeweils gucke, wie lange es dauert, bis diese Features, die ich da schon ausprobieren kann, dann wirklich auf der normalen WhatsApp-Version laufen. Sehr unterschiedlich, aber manchmal sind es ein, zwei Monate, dann ist das drauf. Also ich gehe davon aus, dass im Verlaufe des Sommers jedes WhatsApp, also ganz das normale WhatsApp, die normale Version von Android, genau das unterstützen wird. So, ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr auch schon so diesen Switch gemacht, zwischen den Welten quasi? Ich fände es praktisch, man könnte beides nutzen, weil ich nutze ja immer beides. Ich habe immer ein Android-Smartphone und immer auch ein iPhone dabei, eben mit der gleichen Nummer, das ist super, nur WhatsApp funktioniert da halt nicht, das heißt, bei mir ist im Moment WhatsApp eigentlich immer auf dem iPhone. Wäre natürlich cool, würde auf beiden Geräten gleichzeitig funktionieren, aber ja, da sind wir wahrscheinlich noch weit davon entfernt. So, apropos weit davon entfernt, ich habe eine weite Reise gemacht, ja vor zwei Wochen, ich bin in Silicon Valley geflogen, Apple hat mich eingeladen, an der WWDC dabei zu sein, vor Ort. Das war super spannend, war auch super stressig, könnt ihr euch vorstellen, relativ kurz, von Sonntag bis Dienstagabend ist man dann dort, dann fliegt man schon wieder zurück und wie immer, es geht bei solchen Einladungen, bei solchen Tech-Events nie darum, dass du die News vor Ort irgendwie anders mitkriegst als zu Hause. Vor allem bei Apple nicht, die das Ganze ja live streamen, das ist überhaupt nicht die Idee dahinter, sondern die Idee ist immer, dass du Leute triffst, dass du mit Leuten sprichst, dass du halt Leute auch zufällig triffst, dass du Möglichkeiten zu Gesprächen hast, die du sonst nicht hast. Darum macht man so eine Reise, man macht das nicht, damit man dort irgendwie die News verfolgt, das macht man auch, aber das ist völlig irrelevant, das könnte ich zu Hause viel besser an meinem großen Mac, da kriege ich viel mehr mit, als dort in Cupertino, in der brennenden Sonne, weil das war sehr speziell, man konnte in den Apple Park rein, bisher war es immer so, ich war jetzt schon vier, fünf Mal dort, dass man im Steve Jobs Theater diese Demos eben hatte und jetzt war es das erste Mal, seit fast drei Jahren, also die iPhone 11 Keynote, September 19 war die letzte, die quasi live war und dann waren es ja all diese Filme und diese quasi digitalen Geschichten wegen Corona und jetzt war es ja das erste Mal, dass man wieder vor Ort sein konnte und es war nicht im Steve Jobs Theater, sondern es war draußen, es war im Apple Park und das war sehr eindrücklich, also in diesen Apple Park reinzulaufen, dieses gigantische Gebäude zu sehen, das hat ja ein Kilometer Durchmesser, dieser Ring und dann eben dort quasi im Garten zu sitzen, Apple hatte netterweise vorher hatte sie so einen kleinen Goodie Bag bereitgelegt, da war Sonnencreme drin und ein Hut und man wusste noch nicht so, als man da ins Hotel kam, wusste man nicht warum, aber ja, es war dann relativ schnell klar, weil man wirklich draußen gesessen ist bei irgendwie 30 Grad, jetzt im Moment hier in Bern ist es über 30 Grad, es ist heißer, als es in Kalifornien war vor zwei Wochen, aber das ist ein anderes Thema, dort waren wir an der Sonne und man hat sich das angeschaut und am Anfang kam auch kurz Tim Cook und Craig Federighi dort vor Ort auf die Bühne, das sah man im Livestream hier gar nicht, die waren wirklich da, haben kurz Hallo gesagt, Good Morning und all das Zeug und danach hat man ja diesen Film letztendlich abgespielt auf einer Großleinwand, die mega gut funktioniert hat in der prallen Sonne, keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben, habe noch nie so eine Leinwand gesehen, ich saß relativ weit weg, so leicht im Schatten vom Apple Park, dann später und das war einfach, die Sonne hat dort voll drauf geknallt, aber es war mega hell, es hat perfekt funktioniert, hat mich sehr erstaunt, wie sowas möglich ist, aber ja, man konnte es dann eben so gucken und danach gab es halt eben Briefings, Gespräche, Background-Infos, Gespräche, etc. Und dann ist man ins Steve Jobs Theater rüber spaziert, das alles innerhalb dieses Apple Parks oder innerhalb dieses Geländes des Apple Parks, da ist man locker, fast 20 Minuten ist man da rüber marschiert und da gab es dann eine kleine Hands-on-Area, da kam dann auch Tim Cook noch vorbei, ich habe kein Selfie mit ihm gemacht, ich finde das immer blöd, mir ist das immer mega peinlich, so Zeug, aber er war da, man hat ihn sprechen gehört, ich habe ja noch den Livestream gemacht vom Apfelfunk, Apfelfunk Live quasi auf YouTube haben wir uns kurz, habe ich mich eingeschaltet, aus Kalifornien, draußen auch an der Sonne gesessen, weil man beim Steve Jobs Theater nicht am Schatten dort an die Glaswand lehnen durfte, da wurde man gleich vertrieben und ja, auf jeden Fall, es war dann so, man arbeitet viel, man macht ganz viele Radiobeiträge, sonst überhaupt Beiträge, man ist eigentlich zwei Tage voll dran mit Briefings hin und her und dann sind wir zurückgeflogen und Mittwochabend war ich dann um sechs wieder da und um halb acht hatten wir die Möglichkeit, ein Interview zu führen mit dem Andreas Wendtka, das ist der Head of Deaf Tools und Technology von Apple und dem Wiley Hodge, der ist Head of Product Marketing von den Core Tech und Tech Tools und das war lustig, weil der Raphael und ich und natürlich vor allem der Malte vom Apfelfunk, wir drei vom Apfelfunk am Hörer, konnten dieses Videointerview führen, ich verlinke euch das mal hier da drüben, wir haben das natürlich auf YouTube gestellt, auf dem Apfelfunk Kanal, Malte hat sich die unglaubliche Mühe gemacht, das auch zu untertiteln, weil natürlich haben wir Englisch gesprochen mit den Apple Leuten, war mega spannend, war super interessant, wir haben einiges erfahren auch über wie geht es weiter mit den diesen App Tools, wie geht es weiter mit Xcode, gibt es in Zukunft noch Objective C und so weiter, also war wirklich cool, aber ja, zugegebenermaßen auch ein bisschen anstrengend, ich war quasi direkt aus dem Flieger gekommen und dann gleich hier vor die Kamera gesessen und versuchte ein bisschen auf Englisch mit Apple Leuten zu quatteln und vor allem nicht mit, ich sag mal, nicht mit Produktmanagern, die man immer mal wieder trifft, sondern schon mit relativ sehr hohen Leuten, es war für uns alle eine Premiere und es hat großen Spaß gemacht und wir hoffen natürlich in Zukunft mal wieder so ein Interview führen zu dürfen. So, das waren so ein bisschen ganz kurze Impressionen oder Eindrücke von mir da in Cupertino, ja, wir hören uns nächste Woche, wir sehen uns nächste Woche definitiv wieder, ich habe im Moment ziemlich viel Technik hier, die ich auch gerade teste, also da wird auch noch das eine oder andere von mir kommen, da bin ich immer noch dran an meinem Video zur Solaranlage, da ist ja im Moment, kriege ich wieder viele Fragen jetzt, wo die Sonne so cool scheint und ich wirklich massiv Strom produziere, wie das denn zusammenhängt, ich hoffe vor meinen Ferien in Holland, wo ich ja immer in die Nordsee gehe, traditionellerweise kann ich das noch online stellen, mal gucken, ja, vielen Dank, habt ihr wieder eingeschaltet, sorry, war zwei Wochen Pause, jetzt geht es weiter, macht es gut, bleibt gesund und genießt den Sommer. Tschüss. Tschüss.